äh, ich hoffe, Renault wie die Pest ist, aber eigentlich nur, wenn er sagt, was weiß also habt ihr schon von Citroen den Kaktus gesehen? oh ja sogar im Real Life ja, das ist echt, das ist so bescheuert, ne nicht nur ne Werbung, sagen wir mal so ey, ich, wer kauft sich so'n Scheiß, ne? würd ich sagen, hast ne Wette verloren, oder warum musst du den fahren? das glaub ich wohl auch, ey ey, ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht terrorisiere, starte mal die Spinnen, ey Junge! oh, Polak, er verpiss dich hallo oh, der Fabian, der leckt aber ordentlich, ey der Iveco hat gewendet ach, der Renault oh, warte, ich bin kurz AFK jetzt die anderen rückwärts, Vorsicht wenn du jetzt hier rumziehst, rausch dich Marco, RKW von links ja, ich stand an der falschen Kreuzung, ich dachte, ihr fahrt gerade durch, bis ich da stehe egal, so, jetzt ist der Konvoi langsam wieder zusammen Junge, Junge, was ein Geschleiche ja, hier ist der nächste Konvoi, gegen den Hauptweg ja, hier ist ein polnischer Konvoi, hier in Lublin ja, wir biegen dann jetzt hier alle links ab dann sind wir aus Lublin raus und dann geht's auch etwas zügiger vorwärts und jetzt nicht mehr bei Rot halten, sondern durch ihr braucht da hinten nichts zu halten, ihr könnt durchziehen, da steht ein Kon- ne Security ja, wenn die mal langsam hier in der Pötte kommen würden, vor mir also doch mal, wenn ihr einen Schleicher vor euch habt, ihr dann überholt ihn wie denn wenn auf der anderen Strachenseite zwischen Konvoi aufbaut dann geht's nicht, nein wer ist letztes Security-Fahrzeug? Janko, oder du? Sven? Sven, muss du jetzt AFK gehen, ja? ähm, nicht finden sagst du mir, wenn ihr da aus Lublin raus seid, also links abgebogen seid, aus Lublin raus ich bin an der Garage oder ich also kurz vor der Kurve Leute, ich zieh mal ein kurzes Stück vor nicht wundern, hier muss man eben schnell auf meine Landtäse schnell so, wir sind um die Kurve okay ey, wie zieh ich gerade gar nicht, aber ich muss 90 fahren, alle, überhol mich Roland, ja, Roland, Marco, ihr seid so ziemlich in der Mitte, ne? weitestgehend, ja, wir sind gerade dabei, den Kirian zu überholen, der schleicht nämlich und hält diese Lücke und noch einmal bitte, wenn Leute sprechen, lasst die Leute doch erst aussprechen also, Roland, Marco, wenn in der Mitte irgendwie ein Loch auftaucht oder so, sagt er mir irgendwie bitte Bescheid wie gesagt, wir sind dabei, den Kirian zu überholen ja, ich muss jetzt links zu überziehen, oder? was macht der denn hier? der Kirian? ne, hier ist so ein Matze irgendwas der leckt ohne Ende und der fährt am Ende mit der guckt immer wie er hinterher kommt, musst du dich weiter nicht drum kümmern ja, links, rechts hat er aber nicht geguckt, er ist mir reingefallen ja, spiegelt sich dem anscheinend fremd, aber da ist kein Problem, der gebremst ich bin unterwegs nach Krakow gerade, ne? meine Finger sind mir eingeschlafen hey es ist so lustig, wenn man nur zuhört ich weiß nicht, warum auch alle, äh, einmal alle an mir vorbeiziehen, ich fahr 90 oh naja, egal ich kann mich mal den Tacho überprüfen lassen oder mal einen Retarder ausschalten der ist aus oder einfach um aufs Gas treten, weil was für optionale Optionen nur das dann nimm den Ziegelstein nimm den Ziegelstein von der Bremse oder vielleicht mal einen Picken kontrollieren ja auch ne Idee? ähm, M6 T-Shirt live stream warte mal hin ja, ich seh das Janik, du kannst überholen, ich bin hinten dran ja, Brösel auch so? ja Brösel, genau ok Brösel ist friedlich, der tut nichts ist der Convoy denn jetzt mehr oder weniger zusammen, ja? nein ja also hier hinten ist noch, also hier der hintere Teil ist ein großes Loch drin ich seh vor mir gar keinen Morde ja ich verstanden, ja ja der Web-Noise ist wieder am überholen gekloppt ich seh, über Tab sehe ich zwei, vier, sechs, sechs Leute, sieben Leute ich hab gerade meinen Namen gehört, ist irgendwas? hab ich irgendwas sagt, er gemacht? wie heißt du denn? nein nein Brösel ja, wurde bloß gefragt, ob du dazugehörst achso ich hab nur gesagt, dass du friedlich fährst ja ich geb mir Mühe bis jetzt war ja noch nischt wieso bis jetzt? Marco, bei dir brummt du ziemlich doll im Hintergrund wie ziehe? wir fahr ja auch LKW wir sind nur hier ich wollte damit nur sagen, ich mach mich nicht sehr sehr schlecht, wenn du irgendwas sagst ja also mehr gar nicht als bisschen was noch einfach ein bisschen Königsberg na ja also immer noch Lücken im Konvoi oder mittlerweile geschlossen nein, noch nicht hinter Magna Austria ist große Lücke ich häng hinter Matze im wörtlichen Sinne des Wortes wer ist denn noch hin Hase, wer ist denn noch hin Hase, wer ist denn noch hin ja, ich bin rausgeflogen vom Server ich auch auf die andere Seite auf die andere Seite fahren, falls ein Unfall passiert wir sind alle offline hier wir sind alle offline, ja ja endlich Nolo, fahr ich mal auf der linken Seite ja wir fahren jetzt alle auf der linken ja genau fahrt einfach weiter, fahrt ganz normal weiter ja Leute ich guck mal, ob Update raus ist ok, guck du mal nach solange fährt der Rest weiter genau, fahr weiter fahren spätestens in der nächsten Stadt können wir dann mal anhalten bisschen Update draußen äh, es ist ja Update draußen der Server ist offiziell offline hast du für wie ihr werdet's jetzt gerne ulle Scheiße 1,9 ist raus 1,9 ist draußen ich hab's ja UX ach ja, nie kommt doch erst in 2 Wochen ja kann doch nicht wahr sein immer unter der Woche wo nix los ist na, hier kommt jetzt äh, ein Rastplatz äh, da halte ich dann an alles klar äh, ich stell mich jetzt auf die Wiese das Update ist aber noch nicht online wir können's noch nicht downloaden hab ich doch gesagt ich geb mir jetzt gerade noch mal kurz auf meinen TS und dann wir bekommen bis in den Zaunfall ja sag mal kann ich vielleicht bitte mal vorstellen die kann das vielleicht äh, mit dem Zaunhänger dass ich da halt nicht mehr reingekommen bin wegen der Abwehr ey, download ist ja schon längst draußen ne na das guck ich mir jetzt mal an try again dann lassen wir auch den Livestream weiterlaufen nicht mehr ich sag mal du hast die das ist ja so Vielen Dank. Vielen Dank. Auf dem grünen Streifen. Ich auch. Ja, da stehe ich schon. Danach. Es wird gebumsen danach. Beide Lücke habe ich.